Guten Morgen von der Tankstelle kurz vor Wales, beim besten englischen Wetter. Der Basti, der war vorhin schon einkaufen, der hat uns schon Karten gekauft, so ein Chatteratlas, der hoffentlich etwas mehr kann als unsere bisherige Karte, damit das mit dem Verfahren nicht so kritisch stört. Und dann ist der Plan heute irgendwie in Wales zeitnah am Zielort zu sein, weil es da heute Abend eine Party gibt, wo wir natürlich gerne dabei sein wollen. Und wir gucken mal, wie wir das heute alles so meistern. Ja, passiv. Ja, du hast ja dann noch mehr Platz in deiner Wand, das geht zu meiner. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 So, wir sind am heutigen Zielpunkt der Tappe angekommen. Wir haben heute Abend eine Party. Die Jungs bereiten hier gerade noch ein bisschen unser Freund hervor. Das liegt einfach daran, dass es ein grusiges englisches Wetter ist. Und so Stück für Stück trudeln hier auch alle ein. Wir waren Team Nummer zwei, die hierher gefunden haben. Und so schlecht nicht. Hier mit der guten Handette-Anstalt. Da gibt es irgendwie nachher auch Feuer und da wird noch eine Grillwurst draufgelegt. Also soll ein lustiger Abend werden. Heißt das.